Du befindest dich hier in meinem Reich, einem Ort jenseits von Raum und Zeit. Ich heiße dich willkommen. Genauso wie ich euch willkommen heiße. Leute, willkommen zu meinem neuesten Projekt. Pokémon Legenden Arceus. Für mich, pünktlich zum Release. Für euch, ein bisschen später, aufgrund meiner Upload-Pläne und so weiter. Aber das soll niemanden kümmern. Es geht los. Ihr Menschen nennt mich Arceus. Lass mich dein Gesicht sehen. Oh, ähm. Ähm, ähm, ähm. Ja gut, ich würde eigentlich gerne mal Mädchen spielen, aber nee. Ähm. Äh, ja, ich denke, das ist wohl am ehesten mein Aussehen, ne? Ich hoffe, das kann man da noch ein bisschen variieren. Sprich, wie lautet dein Name? Äh, Arceus, was solltest du eigentlich wissen als sehr beinahe allmächtiges Pokémon? Aber ich nenne ihn jetzt trotzdem den Namen, und zwar ist es Shawnee. So. Okay. Äh, ja, das stimmt. Ich bin zwar nicht zufrieden mit meinem Aussehen, aber... Daran lässt sich nichts ändern. Wohl an, Shawnee. Du wirst dich als bald in einer fremden Welt wiederfinden. Dort gibt es wundersame Wiesen, die von den Menschen Pokémon genannt werden. Ach ja, klingt, äh, spaßig, denke ich. Shawnee. Was? Gegen allen Pokémon ist dies getan, so will ich mich dir erneut zeigen. Allen Pokémon begegnen, die es gibt? Das sind aber ganz schön viele Arceus, weißt du das? Ich meine, zu deiner Zeit damals gab es noch nicht ganz so viele, wie es jetzt der Fall ist, okay? Ich meine... Ja, aber das ist was anderes. Äh. Ich falle. Das ist nicht so gut. Oh, ich habe ein Smartphone. Cool. Modern. Moderne Technik, was? Äh. Eine ominöse Gestalt. Wer das wohl sein mag. Was machst du mit meinem Smartphone? Das hat viel Geld gekostet, mein Freund. Mach's nicht kaputt. Okay, wir haben auf jeden Fall eine, in Anführungszeichen, Erklärung, warum wir in einer komplett anderen Welt sind. Und zwar in der Welt von Pokémon-Legenden Arceus. Arceus hat uns scheinbar in eine völlig neue Welt teleportiert oder so. Ausgründen? Hallo. Mach auf! Was ist denn los? Mach auf! Oh, hallo. Wer seid denn ihr? Äh. Lebst du noch? Ähm. Hallo. Oh mein Gott. Ja, der Typ. Was hat der auf dem Kopf? Eine riesige Mütze. Bin ich erschrocken, dass du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Ein Glück, dass du doch lebst. Äh. Was ist das da hinten links über dem Berg? Können wir mal darüber reden? Das macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Naja, scheinbar nicht wichtig. Ähm. Wo bin ich hier? Das hier ist der Strand des Aufbruchs. Oh, wie passend. Hat der Schock durch den Fallen etwa deine Erinnerungsvermögen beeinträchtigt? Würdest du damit sagen, dass ich dumm bin? Aber davon mal abgesehen. Deine Kleidung ist wirklich seltsam. Kennst du jemanden hier in der Gegend? Äh. Eher nicht, würde ich sagen. Verstehe. Du siehst ziemlich verloren aus. Weißt du wenigstens, wo du hin willst? Äh. Ich muss scheinbar alle Pokémon sehen. Kann ich dir vielleicht den Weg zeigen? Äh. Ich, äh. Weiß es nicht. Ich weiß nicht sonderlich viel. Oh dear. Du kennst hier also niemanden und weißt nicht einmal, wo du die Nacht verbringen sollst. Ja? Du scheinst in ganz schönen Schwierigkeiten zu stecken. Kannst du es überhaupt überleben? Irgendwie wird es schon gehen, klar. Oder wie siehst du das, mein Freund? Also schön. Ich kann jemanden in Not nicht einfach im Stich lassen. Baut. Feuri. Otada. Oh mein Gott, die drei. Oh mein Gott, die drei. Oh, das hatte ich ja fast vergessen. Ich jagte gerade meinen entlaufenden Pokémon hinterher, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Kurios. Als hätten sie es geahnt. Sehr kurios. Ach ja, weißt du überhaupt, was Pokémon sind? Ähm. Bitte, ja. Natürlich. Ich bin doch kein Idiot. Ein Glück. Du bist zwar vom Himmel gefallen, aber zumindest scheinen wir vom selben Planeten zu stammen. Haha. Äh, witzig, ne? Du weißt also, dass diese wundersamen Lädenwesen hier Pokémon genannt werden. Und ähm, wie lautet dein Name? Ja, mit einem Nicken kann ich meinen Namen darstellen, ne? Na, du heisst also Shawnee. So einen Namen habe ich noch nie gehört, aber er hat sicher eine tolle Bedeutung. Äh. Ja. Dessen bin ich mir auch sicher, ja. Oh, Entschuldigung, wie unhöflich von mir. Mein Name ist Lavend. Soll das vom Lavendelbaum kommen oder wie? Keine Ahnung. Ich bin Pokémon-Professor. Das heisst, ich bin ein Forscher, der mehr über Pokémon ausfinden möchte. Momentan versuche ich zum Beispiel mit den dreien hier... Und weg sind sie. Oh no. Warum, warum? Warum oh no. Naja. Meine lieben Pokémon, warum lauft ihr ständig davon? Bitte hilf mir, die drei einzufangen, okay? Wartet auf mich! Okay, ich kann... Oh, ich kann mich bewegen. Ich kann... Äh, rennen kann ich, wenn ich gedrückt lasse. Kann ich aufs Boot? Nein. Und wie kann ich? Moment. Äh. Ja, ne? Ja, ein Tag nach Release. Ich weiß. Möchte niemand belügen, aber... Bewegung, Forschungsbibel, blablabla... Ich hab noch nicht viel. Äh. Das wird schon so alles passen, nehme ich an. Oh, und so kann ich mich ducken. Hier passiert nichts. Hier auch nicht, hier auch nicht. Gott, da vorne ist ein Tor, seht ihr das? Kann ich hier überhaupt schon irgendwas finden? Ich mein, die Grafik ist... Ja, ne? Okay, gut. Der Baum ist ein bisschen... Das ist eigentlich völlig okay. Da ist eine Tür, die geht nicht auf. Die hat nicht mal einen Griff oder irgendwie sonst was. Was ist das denn? Wasser. War nur ein Stein vermutlich. Ich kann hier vermutlich noch nicht allzu viel finden. Ja, Grafik. Völlig okay. Völlig okay, muss ich sagen. Gefällt mir. Aber der Berg da hinten, da ist irgendwas nicht in Ordnung, glaub ich. So, aber wie gesagt, was ist das da? Oh, ist das mein Smartphone? Etwas leuchtet und gibt Töne von sich. Muss ich das nehmen? Vermutlich. Mein Archeos-Phone ist das jetzt. Du hebst etwas auf, was einem Smartphone ähnelt. Es könnte dein Smartphone sein, aber es sieht anders aus. Du spürst eine seltsame Kraft, die von ihm ausgeht. Auf dem Bildschirm ist eine Nachricht erschienen. Ich vertraue dir dieses Archeos-Phone. Und folgende Aufgabe an. Begegne allen Pokémon. Äh. Ich hinterfrage es jetzt mal nicht, aber... Okay, machen wir. Wir sind schon drei Pokémon begegnet. Ich meine, wir sind auf bestem Weg dazu, allen zu begegnen, würde ich sagen. Da vorne ist der Professor. Ich kann irgendwie nichts untersuchen. Das sah komisch aus. Ähm. Oh, ich... Natürlich kann ich nicht einen anderen Weg einschlagen. Äh, schon wieder daneben. Was denn? Ah, mein Freund aus dem Himmel. Du hilfst mir doch, oder? Ich habe bereits unzählige Pokébälle geworfen, um die Pokémon zu fangen. Doch ohne Erfolg. Ich sollte dir wohl erstmal etwas über die drei Ausreißer erzählen. Ja, mach mal. Das ist Bautz. Oh, seht's euch an. Fantastisch. Bautz kann die Pflanzenfotosynthese betreiben und kämpft mit Hilfe seiner scharfen Federn. Hallo, kleines Bautz. Hallo. Oh, Feuerriegel ist auch toll. Das dort drüben ist Feuerriegel. Die Flammen auf Feuerriegels Rücken lohnen kräftiger, wenn es wütend ist oder erschrickt. Das ist auch total süß. Das Pokémon beim Teich ist Otaru. Otaru treibt gern schlafend auf dem Wasser und kämpft mit Hilfe des muschelähnlichen Objekts an seinem Bauch. Ach, na sowas. Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu erklären. Und zwar, wie man Pokémon fängt. Ich weiß, was Pokémon sind, deswegen weiß ich auch, wie man sie fängt. Aber das ist ein seltsamer Ball, muss ich zugeben. Hier hast du ein paar Pokébälle. Die musst du werfen, um Pokémon zu fangen. Ja, ach was. 50 Pokébälle. Ein rätselhafter Ball, den man auf wilde Pokémon wirft, um sie zu fangen. Wenn man die nötigen Materialien sammelt, kann man ihn selbst herstellen. Oh, das ist gut. Oh, sorry. Das genügt wohl nichts. Als Erklärung. Dann hör gut her. Ich sagte bereits, dass Pokémon wundersame Lebewesen sind. Du fragst dich sicherlich, was er denn so wundersam ist. Naja, so einiges, würde ich sagen. Nun, jedes Pokémon kann auf winzige Maße zusammenschrumpfen. Ach so, ja. Und da kommen die Pokébälle ins Spiel. Sie wurden erst vor kurzem erfunden. Aha. Wir sind also in der Vergangenheit. Wenn man ein Pokéball auf ein Pokémon wirft, wird es ganz klein und passt dort hinein. Ja, oder aber es wird zu Licht. Und deswegen wird es auch durch Licht in den Ball gesogen quasi, ne? Aber da ist eine andere Theorie. Und damit hat man auch schon ein Pokémon gefangen. Spassig. Es gibt sonst niemanden, den ich darum bitten könnte. Bitte hilf mir, meine drei Ausreißer wieder einzufangen. Um Pokémon zu fangen, musst du sie anvisieren und dann einen Ball auf sie werfen. Ganz einfach. Naja, ich selbst treffe dabei leider nur selten ins Schwarze. Ja, du kannst Pokémon fangen. Halt der ZR gedrückt. Um einen Wurf vorzubereiten und zu zielen. Du kannst dich dabei bewegen und mit dem rechten Stick die Wurfrichtung anpassen, um das Ziel zu erfassen. Wenn du ZR loslässt, wirfst du den Ball. Trifft er das Pokémon und besteht die Möglichkeit, dass es gefangen wird. Solltest du dich umentscheiden und doch keinen Ball werfen, kannst du den Vorgang mit B abbrechen. Kompliziert, okay. Verstanden. Äh, okay. Da vorne ist Feudigl. Da vorne ist, äh, Äh, Otteru gewesen. Da oben ist Bautz, okay. Da muss ich direkt entscheiden, welches Pokémon ich haben möchte. Denn, ich meine, ich kann einem Bautz nicht Nein sagen, aber die Entwicklung Silvaru, ich weiss nicht so recht. Honupto wäre halt wirklich ziemlich cool. Und Otteru, ich denke nicht. Wisst ihr was, wir beginnen einfach mal. Okay, Feuer. Äh, nee, ich muss ja loslassen. Und? Das hat geklappt, oder? Oh, wunderbar, du hast das Pokémon gefangen. Du scheinst mehr Naturtalent zu sein. Eine Begabung fürs Fangen von Pokémon ist sehr rützlich, wenn man hier lebt. Es sind noch zwei weitere Pokémon entlaufen. Ja, ja, ja. Ich muss sagen, ich finde es sehr ungewöhnlich, dass du überhaupt keine Angst vor Pokémon hast. Tja, ne. Ich muss jetzt das ein bisschen lernen, indem ich alle drei fange. Und dann kann ich dann entscheiden, welches Pokémon ich haben möchte. Äh, shit. Das wollte ich nicht. Bautz, komm her. Boom. Tat weh, vermutlich. Bricht es aus? Nein. Warum kommt da so eine... So ein Feuerwerkteil oben raus? Keine Ahnung. Na, fantastisch. Johnny, einfach fantastisch. Dabei gibt es so viele Leute. Die Angst davor haben, sich Pokémon auch nur zu nähern. Geschweige denn, sie zu fangen. Ein Pokémon fehlt noch. Mach dich bereit. Ja, ja, ja. Das muss beim Teich sein. Wo ist es denn da? So kann ich abbrechen, ja. Oder? Hallo? Hallo? Boom. Ist mal was Neues, muss ich sagen. Aber warum muss ich sie nicht schwächen? What? Shit. Was? Ach ja, das passiert schon mal. Ein Pokémon zu werfen, heißt nicht, dass man das Pokémon garantiert fängt. Versuche es nochmal. Oh, verstehe. Schön, wie es da still sitzt. Und mich angrinst. Geschafft. Geschafft. Okay, ich verstehe. Hier, bitteschön. Vielen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen. Die Sache ist die. Diese drei Pokémon sind gerade erst zu Forschungszwecken ins Dorf gebracht worden. Und hören noch auf niemanden. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber so hastig, wie sie aus dem Dorf gestürmt sind, konnte man fast denken, dass sie von deiner Ankunft wussten. Ich muss schon sagen, Johnny, der Umgang mit Pokébellen hat mich ganz schön beeindruckt. Du bist gerade erst hier angekommen und zeigst schon solches Können, darin Pokémon zu fangen. Woran liegt das nur? Keine Ahnung. Es kommt mir vor, als gäbe es einen bestimmten Grund für dein Erscheinen hier. Möglich, ja. Begegne allen Pokémon. Das ist also ein Arceus-Phone, sagst du? Was für ein merkwürdiges Ding. Es scheint fast so, als würde es sich leiten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber ich möchte dir etwas erzählen. Mein Traum ist es, den ersten Pokédex für diese Region zu vervollständigen. Weißt du, was ein Pokédex ist? Es handelt sich dabei um ein wundervolles, monumentales Forschungsprojekt, bei dem alle Pokémon registriert werden sollen. Aber um Pokémon richtig registriert zu können, müssen sie gefangen werden. Und Pokébellen wurden erst kürzlich entwickelt. Daher gibt es nicht viele Leute, die gut genug mit ihnen umgehen können, um Pokémon zu fangen. So schwer ist es jetzt nicht, scheinbar. Zu Beginn. Dann tauchst plötzlich du auf. Mit deinem Talent zum Fangen von Pokémon. Du willst allen Pokémon begegnen? Ich möchte alle Pokémon fangen. Wir können uns gegenseitig helfen. Ja. Was sagst du, sollen wir uns zusammen schließen? Klar. Warum nicht? Ich mein... Ich weiß zwar nicht, wer du bist und woher du kommst, aber... Wenn du mir dabei hilfst, den Pokédex zu vervollständigen, bist du... mehr als willkommen. Das klingt gut. Excellent. Dann lass uns erst mal die Pokémon zurück ins Dorf bringen. Wir müssen uns ja noch um Essen, Kleidung und eine Unterkunft für dich kümmern. Folge mir. Ich bringe dich direkt nach Jubeldorf. Nicht Jubelstadt. Nein, Jubeldorf. Ah, das fällt meinem Charakter erst jetzt auf, dass da oben irgendwas ungut zu sein scheint. Was das wohl ist? Wir werden es vermutlich nicht in den nächsten fünf Minuten erfahren. Oh, ein Dorf. Seid gegrüßt und wie immer vielen Dank für eure wachsamen Augen. Dieser junge Mann hat mir und meinen Pokémon einen großen Dienst erwiesen. Deswegen möchte ich ihn ins Dorf einladen. Das geht scheinbar in Ordnung. Das ist gut. Jetzt kommt bestimmt ganz viel Text, ne? Diese Häuser haben bestimmt alle denselben Architekten, kann das sein? Gleichen wie ein Ei dem anderen. Okay. Es scheint alles sehr bewohnt zu sein. Ich meine, es ist auch eine Stadt. Hier geht es lang. Bitte folge mir. Äh. Es ist, äh... Was ist der Galaktik... Was? Was ist los? Ich möchte nicht zuhören. Wir befinden uns gerade auf der Fletchstraße. Ja, ja. Ich weiß, dass es für dich viel zu sehen gibt, aber bitte folge mir fürs Erste. Muss ich das? Ja, jetzt läuft er automatisch. Wo bleibst du denn? Ja, ist ja gut. Aber bevor wir ihm folgen, weil... Einem Fremden sollte man nicht unbedingt in ein fremdes Dorf folgen, weil das kommt nie gut an. Deswegen würde ich sagen, Leute, das war's mit der ersten Folge von Pokémon Legenden Arceus. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich... Bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss. Schmuck. Josef. All right. Okay.